Montagabend im Ottoschen Garten in Herrenberg. Die Sonne versinkt im Laub der Bäume und sechs Menschen lassen Kugeln über Hände, Arme, Finger wandern. Was fast aussieht wie ein Wahrsager-Treffen, ist in Wirklichkeit ein Freizeitangebot. Jonglieren im Park. Aber wird beim Jonglieren nicht mit Gähen geworfen? Das nennt sich Kontaktjonglage. Das kann man sich auch ganz gut herleiten, weil die Kugel immer den Kontakt zum Körper behält. Währenddessen dieses Werfen und Fangen, das ist halt normale Jonglage, sage ich einmal. In der Grundfigur die Dreiballkaskade, so heißt die, was man so kennt. Im Gegensatz eben zu dieser Kontaktjonglage, wo der Ball nie den Körper verlässt. Tatsächlich gehört das Angebot zum VfL Herrenberg in die Abteilung Freizeitsport. Auch wenn die Jongleure im Sportverein doch etwas fremd sind. Im Sportverein erwartet man eigentlich Leistung und wird auch gefragt, habt ihr nicht einmal ein Turnier? Wie viel Platz seid ihr denn geworden? Und wenn wir da mit unserer Jonglage daherkommen, ja, wir machen es halt. Es ist kein Sport, es ist eine Bewegungskunst. Und zur Bewegung gehört natürlich auch ein Aufwärmprogramm, wobei hier nicht immer gedehnt oder mit Armen gerudert wird. Das ist hauptsächlich Aufwärmen für den Kopf. Ich mache manchmal auch Aufwärmen für den Körper, gerade wenn normale anstrengende Sachen dabei sind, oder wo auf die Gelenke gehen, wo man auf die Bewegung achten muss, wenn man mit den Armen rudert. Das ist schon okay, aber der Schwerpunkt ist eigentlich mehr für den Kopf. Grob gesagt, von April bis Ende August trifft sich die Gruppe im Park, wenn es das Wetter zulässt. Im Winter sind sie in der Halle. Willkommen ist jeder, auch wenn das mit dem Jonglieren lernen schon etwas Zeit in Anspruch nimmt. Wenn man daheim gar nichts tut, dann braucht man bestimmt ein Vierteljahr, bis man mal so diese Grundfigur mit den drei Bällen, so mal sechs, acht Würfe hinkriegt. So von null weg raus. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, einfach mal vorbeikommen. Am Montagabend im Ottoschen Garten von 8 bis Sonnenuntergang.